Also es scheint jetzt diesmal fairer zu sein. Guck mal, hier haben wir... Angreifen und Geschwindigkeit. Okay, das ist auch nicht so gut. Aber wenn wir jetzt den kleinen Miniboss hier fertig haben, beseitigt haben, dann soll das eigentlich... Ich hoffe mal, wir haben jetzt... Das ist jetzt richtig behindert. Das ist wieder hier so eine Situation, wo man schreien könnte. Guck, 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 guck. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ach, schade, schade, schade. So, gestunt wurden wir und... Ach, das ist ein richtig mieses... Ach, auch wieder sowas richtig mieses. Man schafft es auch echt nicht, die anzugreifen. Deswegen, man müsste eigentlich wirklich mit mehreren Leuten das machen. Weil, seht euch mal an, ich klappe jetzt hier schon die ganze Zeit die Eins, dass ich jetzt endlich mal verwüsten machen kann. Aber das Spiel meint, äh, du basti, ganz ehrlich. Äh, nee. Kurz einmal weg, kurz einmal weg, kurz einmal weg, kurz einmal weg, kurz einmal weg. Einmal sammeln, einmal sammeln, einmal sammeln. Wie, vor allem, wie schnell die sind, alles klar. Ja, nee, ist logisch. Na, komm. Das gibt's einfach nicht. Hallo. Hallo. Nimm's einfach, nimm's einfach, mach's einfach, nimm's einfach, nimm's einfach, nimm... Oh, Gott. Also. Scheiße. Sorry, aber wartet mal kurz. Oh, ist das nervig. Also, das war ja mega unfair. Ich sag's euch, wie es war. Oh. Passt auf. Ich hab alles aktiviert. Also, ich mein, ich hab hier Lebenstrang T3 aktiviert. Ich hab die normalen Trang geaktiviert und nichts davon wurde erkannt. Da frage ich mich so, warum ich das, warum ich das hab, wenn es nicht aktiviert oder erkannt wird. Ich versteh's nicht. Verdammt, jetzt haben wir hier einen Buff. Oh, ist das mies. Das ist richtig mies. Vor allem müssen wir jetzt hier die ganzen Müsstier nochmal neu machen. Scheiße hier. Du hast keine Chance. Allein hast du keine Chance. Vor allem, ich hab hier Angst und alles drin und... Du hast hier echt keine Chance. Ach, jetzt geht's. Das ist aber sehr aufmerksam, dass es geht. Das ist sehr schön. Dankeschön. Und ich hab nicht einmal angegriffen. Ich hab nicht einmal einen Fitze abgezogen. Also, ich sag mal so, man schafft es nicht. Man, es geht leider... Da schon wieder. Ich klicke, ich klicke wirklich... Ihr könnt... Ihr hättet mal sehen müssen. Ich hab die wirklich die ganze Zeit geklickt. Ja, du hast keine Chance. Du, du, ich... Das, was ist denn das? Das find ich ja mega unfair. Also, das ist richtig unfair. Also, das ist richtig... Also, das ist sowas von lachhaft, ne? Das ist... Also, das ist schon richtig traurig. Also, das macht ja gar keinen Spaß. Jetzt haben wir das hier, was vorne hier war. Also, ich, äh... Spaß. Es macht echt keinen Spaß. Du hast nämlich überhaupt keine Chance. Ich meine, wenn es eine Herausforderung wäre, die jetzt haben wir stark oder... Irgendwas in diese Richtung, ne? Dann hätte man es ja verstanden, verstehen können. Aber... Allein dieses Verwüsten. Ich will doch einfach nur mal Verwüsten aktivieren. Ach, schade. Verdammt, wir haben gleich nur noch zwei, äh... T3-Tränke. Ach, ich bin so blöd. Ich bin so blöd. Ich hätte es einfach machen sollen. So, jetzt geht es nämlich ans Eingemachte. Oh mein Gott, es hat geklappt. Es hat tatsächlich geklappt. Holy moly. Ich weiß nicht. Also, ich möchte erstmal hier die Blitzsoldaten fertig haben. Ich weiß, ich hoffe mal, ich hoffe mal, dass gleich keine mehr wieder dazukommen. Damit ich mir jetzt erstmal ein paar Gedanken machen kann, äh, wie ich... Wie ich, äh... Das schaffe, weil, guck mal, wir haben echt nicht mehr viel Heiltränke, ne? Und ich weiß auch nicht, ob ich noch hier so ein... Lebenstank T3-Tränke habe. Das weiß ich nämlich nicht. So, bis jetzt sieht es ganz gut aus, ne? Jetzt ist es in Ordnung. Jetzt leben auch kaum noch welche, wie ihr seht. Ich weiß gar nicht, wie viel ist die Spawn, Spawn der Boss eigentlich eine gewisse Anzahl, oder ist es eigentlich, wo es... Das wäre natürlich sehr gut, wenn es einfach so eine Anzahl wäre. Und machen wir nochmal den. So, jetzt geht es... Oh, endlich, endlich. So, ich muss mal ein bisschen schneller sein, weil, guck mal, wir sind jetzt hier schon fast eine halbe Stunde. Oh, ich hoffe mal, die spawnen jetzt hier keine Bosse, äh, keine Mobs mehr. Das wäre nämlich sehr unfair. Es kann natürlich sein, dass es so ist, ne? Kann natürlich sein. Oh, sehr gut, wir haben noch T4-Tränke. Oh, ein Glück, ey, ein Glück. Ich habe aber, muss ich sagen, ich habe noch welche gekauft. Ich glaube, 150 oder 200 Stück, irgendwie sowas habe ich gekauft. Weil für sowas halt zum Beispiel, ne? Oh, wir haben einen Helm. Oh, wir haben einen Helm. Ui, der ist gar nicht mal so schlecht. Und dunkle Ohringe. Was sind das, dunkle Ohringe? Ist nichts, was wir benötigen. Oh, ein Glück, ey. So, besiege das letzte Boss-Meinster. Ui, 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 ui. So, Genie, äh, iris, äh, iris, äh, iris. Wo ist denn das letzte? Da ist es. Aber wie gut das ist, wir wurden nicht bis einmal getroffen von denen. So, jetzt geht es um die Wurst. Ich hoffe, wir schaffen das, ne? Ich hoffe mal, die eisen uns nicht ein oder irgendwas Unfaires. Das kann natürlich sein. Okay, wir gewinne ich, äh, okay, alles gut. Das sind jetzt einfach nur... Das ist in Ordnung. Eigentlich ist das voll gut. Den schaffen wir sogar. Oh mein Gott, den schaffen wir. Ich weiß auch nicht, wie das bei dem Gebiet des Teufeltums ist, ob das jetzt ne... äh, ja, immer eine neue Reihenfolge ist oder immer dieselbe Reihenfolge von denen. Ja, hier wisst schon. Kann natürlich sein, dass es so ist. Weiß ich noch nicht. Aber hey, guck mal, wie easy das ist. Guck mal, zwei Bosse haben wir echt zu schaffen gemacht. Eher gesagt, die, äh, Mobs, die er gespawnt hat, die waren sehr unfair. Und ich muss sagen, bis jetzt gef... Oh, 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 oh. Okay, nehmen wir nochmal den hier. Bis jetzt muss ich sagen, gefällt mir das echt gut hier. Ist natürlich auch endlich mal ne Herausforderung. Und das ist nicht so einfach, äh, wie alle anderen. Obwohl, naja, was sag ich da? Ist ja Bullshit. Zum Beispiel das Schloss ist ja total einfach. Das kriegt man total einfach hin. Zum Beispiel jetzt ich so, würde das... War gar kein Problem. Habe ich schon genau, habe ich schon geskillt. So. Also wie langsam wir sind. Wie viel Prozent ist denn das? Ist ja Wahnsinn. Oh, oh, das wäre sehr knapp. Das war sehr knapp. So. So, das Cover ist noch da. Ah, okay, sehr schön. Dann muss ich aber auch mal langsam mal wieder reparieren. Machen wir den hier. Sehr gut. Und der Boss ist gleich down. Sehr schön. Okay, wir haben ordentlich was gespawnt bekommen. Das ist sehr schön. Und ich gucke uns das, wir gucken uns das gleich mal an. Was wir denn so schönes bekommen haben. Und ich hoffe mal, es ist sehr gut von den Stauswerten. Das würde mich sehr, sehr, sehr freuen. Gucken wir hier noch eine Axt. Die können wir gerne mal mitnehmen. Karten ist hier gar nichts weiter. Schade, schade, schade. 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 So, und gleich haben wir es. Öffnet sie das? Das wäre ja egal. Oh, meine Güte. Okay, mach das. So, wir haben jetzt... Oh, 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 okay, okay. Wir haben jetzt folgendes gefunden. Die... 75, 34 Gäste. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das ist uninteressant. Dann haben wir einmal die Kette, 85er Kette. Äh, und Karten haben wir bekommen. Äh, ist das gar nicht mal so schlecht, ne, wenn du es überlegst. 34 Gäste. Hm, sehr schön. Verdammt, ich habe nicht gesehen, was wir jetzt hier... Wann mal. Wir haben jetzt hier folgendes. Äh, 4,6 Millionen Schaden habe ich gemacht. Erlittene Damage, 629.000. Geleistete Heilung, 602.000. Und zeitmäßig 31 Minuten. Ich würde sagen, das wäre sehr erfolgreich, ne. Ähm. Segen von Ösia, sehr schön. Und ich würde sagen... Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ob das jetzt jetzt gerechtfertigt war oder gelohnt hat, jetzt hier. Ne, das weiß ich nun nicht. Aber wir werden jetzt mal nach rumen gleich. Und ja, ich würde sagen... Komm, wie, passt auf. Wir machen noch eins. Und zwar gehen wir... Oh, guck mal, gibt es denn noch hier? Ne, schade. Gehen wir nochmal hier und gucken mal, ob wir noch ins... Ob wir noch in Genuss bekommen von einem Boss. Das wäre also geil, weil wir sind jetzt hier auf 70% Armut und das ist schon mal nicht wenig, ne. Das würde mich sehr freuen. Es sieht so aus, als ob wir Glück haben. So, ich werde jetzt hier erstmal die alle ausschalten. Und erstmal das Schild einsacken. So, dann können wir jetzt eigentlich mal gemütlich das wegwerfen. Einmal das Schild angucken. Das wegwerfen. Dann können wir jetzt mal das wegwerfen. Und... Ja, das wäre es. So, Lieben, ich würde sagen, das wäre es an dieser Stelle. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat viel Spaß gemacht. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Oh ja, c'est bien.